Der heilige Deichs. Manfred Deichs. Erschienen bei ECOVIN. Zu haben um 14,95 Euro. Dass Manfred Deichs von purer Gottesfurcht befeuert ist, erschließt sich aus jedem Strich seiner Zeichnungen, die ja den Menschen als Abbild des Herrn glaubhaft machen. Wie glückhaft inspirativ muss sich sein Werk erst gestalten, wenn er sich dem himmlischen Bodenpersonal zuwendet. Zum Niederknien anbetungswürdig. Was sonst?